PEGI 3 Willkommen bei Horse Club Adventures! Gemeinsam mit meinen Freundinnen Sarah, Sophia und Lisa freue ich mich schon riesig auf die Ferien. Da haben wir viel freie Zeit, die wir am liebsten mit unseren Pferden verbringen. Und noch so viel mehr! Hoffentlich bleibt da noch genug Zeit zum Trainieren. Wir hoffen, dass wir dich wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017